St. Bravo, wir sehen 70 Feinde in Ihrem Bereich. Bitte bestätigen. Sehr lustig, Station. Negativ. Total negativ. Over. Könnte ein Fehler in einem der ACS-Module sein, Sir. St. Bravo, Systeme werden gerade auf Fehlfunktion überprüft. Der Himmel ist freie Station. Sie haben da ein paar Phantompunkte. Over. Zulu X-Ray 6. In Ihrem Bereich werden etwa 100 Feinde angezeigt. Negativstation. Alles bestens. Ich weiß leider auch nicht. Sonneninterferenz. Starke Sonnenfleckenaktivitäten heute. Sierra Delta, wir haben hier vielleicht ein kleines ACS-Problem. Sehen Sie irgendwelche Feinde. Over. Sie sind überall. Sierra Delta, wiederholen Sie. Ich sehe Kampfjets über der I-95. Sie seuernde sind Sie durchgezogen. Bereithalten. Kontaktieren die nächsten Einheiten in diesem Bereich. Verstehe. Hier ist Sergeant Foley, 1. Bataillon, 75. das Ranger-Regiment. Befehlshabender Commander von Hunter 2-1. Hören Sie mich. Over. An alle Stationen. Achtung. Satellitenüberwachung wurde deaktiviert. Geräuschüberwachungssystem zur Zeit nicht einsatzbereit. Ja. Und damit willkommen zurück. Ja. Und damit willkommen zurück. Äh. Ha. Dum. Popol. Dum. Alles gut. So. Wo hin? Wo hin? Wo hin? Wo hin? Wo hin? Ich hoffe, dass es nicht allzu sehr leckt. Also ich selber merke jetzt nichts. Ich hoffe, dass die Aufnahme auch okay ist, weil ich noch nebenbei randeln muss. Rücken zu Fuß vor. Over. Overlock bestätigt alles. Viel Glück. Ende. Sergeant, sollen wir uns hier opfern oder was? So was ähnliches kommt. Nein. Angegabe. Feuer einstellen. Die BTR nicht angreifen. Sie haben uns noch nicht gesehen. Nach rechts und dahinter bleiben. Hm. Ich sehe Rauch bei der Abschlussstelle. Da ist Wetter runtergegangen. Die Wunden entdeckt. Ramirez, Rauchgranaten einsetzen. Dann Deckung gegen. Team, eine Rauchgranate auf den BTR werfen. War das eine Ruhe? War das eine Ruhe? Deckung im Rauch nutzen, um am BTR vorbei in die Gasse zu gelangen. Ramirez, zur Gasse. Ramirez, zur Gasse. Team, achten Sie! Verstappen, ich bin dabei! Ja, wir hoch! Wir haben hier noch! Ziele, wir auf, du ruf! Und du kannst dich nicht mehr! Ich bin hier! Ich bin hier! Drotpunkt nehmen wir doch gerne mal! Ich bin hier! 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 Schöne, Entschuldigung. Weitere loaner Flüge! Arthold, wir rollen. Schöne, in Kontakt! Wir stellen die Angelegenheit. Ah, Gott. Kann ich hier. Jetzt. Mit mir kommen! Los, los, los! Los, los! Roger! Against the back! Los, los, los! Stand aboard! Roger! Lagerbericht! Wo ist Raptor? Wir haben ihn zum Kühlraum gebracht! Der ist zum Wut wie Kugel sicher! Wie ist dein Status? Noch bewusstlos! Sind hier Sanitäter? Komm wohl dann, überprüfen sie das! Was noch? Auf dem Dach sind neue Vorräte mit einem M5-Geschütz! Ramirez! Auf das Dach und die Vorräte überprüfen! Jupp! Ich geh mal los. Wir sind in Berger, laut! Roger! Erfassen Sie! Wir auf! Rauch! Deckung! Ja! Achtung, Ladies! Das sind Trucks im Süden! Schüsse können hier im Vormarsch mit Rauch! Anzer 2-1 an alle! Thermaloptik einsetzen, falls vorhanden! Feinkontakt im Süden! Mehr als zwei Schützenfeinde! Schüsse können hierher hoch! Guck! Guck! Schüsse können hierher hoch! Guck! Base zu ник Este sowieso! Geine durch! Sieffern die kleine Heidel-Geschütz! Khôngveritzer auf das Dach! Wir was messen! Hör genau! Du sch Tacotipp mitrauchst! Mach mir irre! Es auf der Teckung auf dem Dach des Bergertages! Spiel witches richtig nichts mehr? knot! Schuss schatz! Die geräusch mit Getschaden ist 05-Й musician! Sie bilden eine Rauchwand im Norden. Roger, vermanden Sie aktivieren, falls vorhanden. Was ist das denn, wenn kam der denn hoch? Zolli, Zolli, Ziel bei dir auf 10 Uhr. Kann ich schießen? Anscheinend haben die Russen genug. Kopf 0 dann. Erbitte Statusbericht zu Raptor. Over. Raptor gesichert und stabil. Roger, Waffen und Munition überprüfen. Die kommen wieder. 2 1 Delta, 2 BTRs nähern sich aufs Norden. Roger! Reste Elevator! Runter vom Dach! Runter vom Dach! Die Nummer mit? Ramirez, runter vom Dach verdammt! Aber ein feindlichen Drohnenpiloten gesichtet. Er lenkt die Raketen. Er ist in dem Restaurant im Westen. Over. Ramirez, rüber da und den Penner unschädlich machen. Ich schicke Ihnen einen Teil des Trupps zur Unterstützung. Los! Ja, ich versuch's! Ja, ich versuch's! Ich versuch's! Dann auf doch! Oh! Wir sind unterwegs! Ja, bin dabei! Oh, die ist da, da! Ich bin ein Lärmter, du vorgehst! Oh! Entfernung, dein Zubuch! Ah! Schleifelkorn auf Meerbespiegel! Entfernung, zuhören! Ah, geht doch rein jetzt, komm! Ach was! Zeitbeschuss! Hintertür! Bitte passieren Sie sich! Bitte passieren Sie sich! Bitte passieren Sie sich! Ziel auf! Ramiro! 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 Schnappen Sie sich die Drohnensteuerung! Tag 21! Wo ist die Drohnensteuerung? Feindliche Passerwagen ausschalten, Ramirez! Okay! Ziel getroffen! Abschuss bestätigt! Noch einer übrig! Das ist ein direkter Treffer, Hunter 21! Weiter schießen! Noch ein BTR ist übrig! Gut getroffen, Hunter 21! Gut getroffen! Gute Arbeit, Team! Hier drüben neu formieren! Achtung! sofort in Deckung! 2-1! Sind Sie noch da? Roger! Alle Zuhörungen! Planänderung! Ramirez! Sichern Sie mit Ihrem Trupp den Burgertown! Wir bringen Raptor dorthin! Diese Position wurde entdeckt! Alle anderen Zuhörungen! Wir bewegen Raptor sobald wie möglich! Am Nordeingang vom Nave Stammel! Wir müssen hier unbedingt raus, bevor die noch einen Angriff starten! Okay! Okay! Schütze noch nicht! Ramirez! Beim Burgertown sind immer noch Feinde! Wir müssen los! Aktion! Brenner Hunter! Brenner Kahlo! Ecistere Mauer! Brino! Wir werden auch flitten! Ach! Chagla! Ach! Verbrino! Wie weit ist das? Ah shit, halt kann da einer hinten sein. Wieder zurück. Ja, Leute, los, los! Haltet mir die Typen vom Leid! Ziel erledigt. Ich habe es zum Kühlraum im Burgertraum geschafft. Rester ist drin und uns sicher. Die Tür ist du! Haltet die Russen auf! Verbündeter Konvoi in Bewegung. Hunter 2-1, Hunter 4 hat heiligen Truppen bei der Nova-Tankstelle gewichtet. Over. Ramirez, benutzen Sie die ferngelenkten Delta-Raketen! Infanterie nähert sich! Sie dürfen nicht in den Bagger tauen! Das ist ein direkter Treffer, Hunter 2-1. Weiterschießen! Gut getroffen, Hunter 2-1. Gut getroffen! Das ist ein direkter Treffer, Hunter 2-1. Weiterschießen! Wo schießt du? Er ist erledigt. Feuer! Erwischt! Gut gemacht! Hunter 2-1! Keiner bei der Wüstehanne! Kann ich schießen! Ich sehe ihn nicht! Rauchsecker! Hunter 2-1! Achtung! Mehr als 15 Feinde nähern sich ihrer Position von Norden. Over. Ramirez, Feinde gesichtet! Drohnensteuerung benutzen, um Raptor zu schützen! Mehr als 10 erwischen! Guter Treffer! Mehr als 5 bestätigte Abschlüsse! Gut gemacht, Hunter 2-1! Gibt es hier Muni die auch schütteln? Gibt es hier Muni die auch schütteln? Gibt es hier ... Abande bookleten! Gibt es schütteln? Spricht devenir Hm. Sofort aushalten! Sofort aushalten! Ansatz 2-1-4 Overlord. 2 feindliche Kampfhubschrauber nähern sich ihrer Position. Over. Bestätigt Overlord! Team! Helikopter aushalten! Okay, ich hab'n M.G. Team! Ich hab' eine Fingerrakete auf dem Restaurant im Westen gesehen! Toroil! Sie bewegen sich! Absichtgötter! Da kommen sie doch schon. Okay, ich hab' die Gefahr! Auf den Boden! Zu welchen Teile! Kommt! Nein! Es geht nur nicht. Ich hab' die Gefahr! Entsatz 2-1! Achtung! Mehr als 15 Weine nähern sich ihrer Position von Norden! Over. Hunter 2-1, Meldung von Goliath 1. Feindlicher Kampfhubsrauber nähert sich zu nehmen. Over. Da! Feindlicher Kampfhubsrauber nähert sich! Da ist der zweite Helikopter, aushalten! Team, ich habe eine Single-Rakete aus dem Restaurant im Westen gesehen. Team, ich habe eine Single-Rakete aus dem Restaurant im Westen gesehen. Gute Arbeit! Der Helikopter ist in! Der Helikopter ist in! Der Konvoi ist da! Alles zu mir! Wir verschwinden hier! Los, los! Der Konvoi ist südlich vom Burgertown! Hier rüber, verdammt! Los! Der Konvoi ist südlich vom Burgertown! Hier rüber, verdammt! Los! Hunter 2-1 für Overlord, damit die Lage bricht! Over! Overlord, die Hunter 2-1! Fracht gesichert! Wiederhole! Fracht gesichert! Wir rücken ab! Overlord bestätigt alles! Gut gemacht! Ende! Wir haben immer noch 2.000 Zivilisten in Arcadia! Heute ist ein Glückstag für alle mit Angehörigen! Sie werden ihre Leben retten! Jawohl! Jetzt reden Sie! Ich sehe schon mal! Ich erreiche niemanden. Der Krieg hat in den Vereinigten Staaten einzugehalten. Amerikanische Truppen am Rande der Beleidbarkeit. Spontane und wieder ganz leer. Die Russen müssen das ACS erlangt haben. Das ist der Schlüssel zu jedem Schloss in Amerika. Und sie schlagen für jeden toten Zivilisten in Moskau tausendfach zurück. Wir haben wohl keine Freunde. Ich kenne jemanden. Suchen wir eine Telefonzelle. Gibt's die noch? Wir haben nur aus Rochas rausgekriegt, dass Makarovs Feind Nummer 1 in einem Gulag sitzt. Wenn der Psychopath auf den Schwindel reinfällt, knüpfen wir ihn am nächsten Baum auf. Das Romnissen-Nest. Wenn nicht, dass wir da noch reinpiexeln. Die 36 haben wir hier. Nikolai, wir sind oben im Elendsviertel und von Milizkämpfern umstellt. Der Helikopter muss zum Markt. Okay, mein Freund, bin auf dem Weg. Alle bereit machen. Laden und entsichern. Gehen wir es an. Ziele aus Bodenhöhe, sieh das kaum aus. Wir müssen zum Helikopter durch das Portuart. Bewegeung. Bewegeung. Feind auf die Ziele. Sie nähern sich schnell von Süden. Bodenziele nähern sich von Südosten. Ziele aus Bodenhöhe, sieh das kaum aus. Wir müssen zum Helikopter durch das Portuart. Take a bone, grab ein Herzüge und schlapp ihn sich noch ein aus. Ein weiteres Bastio oder das nicht, dass die Seele lösen sei bis zum enfants Budget darstet. Krempfung jesn taxiert, , Die auch noch, noch. Geh! Das war's! Die ist gut, Jürgen. Fuck. Ziel bei dir auf 10 Uhr! Okay, alle wieder neu! Super! Oh, das ist schon mal! oh hinter mir wie kommt der da hin ja Was ist das? Okay. Was ist das? Normale Fahrer ist geiler. Ohne A-Dock. 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 Uh-Dock. Ohne A-Dock. Ohne A-Dock. Ohne A-Dock. Ohne A-Dock. Rauch! Wir können sie vom Helikopter aus sehen! Sie nähern sich jeden und es sind Dutzende! Rauch! Es sind zu viele! Verdammt noch mal raus da und auf die Dächer! Bewegung! Verheilung! Rauf auf die Dächer! Rauch! Wir umkreisen das Gebiet, aber ich stehe sie nicht! Wir müssen auf die Dächer! Bitte nicht runter hoch! Ich renne da schon! Kaum noch Treibstoff! Muss in 30 Sekunden los! Rauch! Der Treibstoff ist knapp! Sie haben 30 Sekunden! Ich renne da schon! Nach links und runter springen! Na los! Run, 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 run! Boah! Wir haben ihn, Nikolai! Raus hier! Wo hin, Käpt'n? Ich bin scheißegal! Einfach weg! Yeah! Mach den Drecks Fernseher aus! Mein Sonderkommando ist Arsalandus! Ich übernehme Ihre Einheit, Sergeant Foley! Ja, Sir! Zu Befehl, Sir! Ich habe einen Striker von der 8. Panzerdivision! Honey Badger ist ein fieses Teil, Sir! Damit kommen Sie rein! Die Russen knacken unsere Verteidigung und unsere Daten! Diese Ecke dürfen Sie nicht kriegen! Werden Sie nicht! Zeigen Sie es mir auf der Karte, Sir! Hunter 2-1! Hier, Hunter 2-1 Anführer! Unsere Evakuierungshochschrauber werden vom Boden aus beschossen! Wir müssen diese Luftabwehrstellung zerstören, damit die Zivilisten evakuiert geben können! Los! Alle den Striker beschützen! Auf Bodentruppen mit Raketen davon achten! Runter von den Straßen! Trupp, Schwerfeuer auf dieses Haus! Feind im Gelben Haus! Äh... So! Wunder von der Straße! Ja, bin doch schon auf dem Weg! Trupp, Schwerfeuer auf dieses Haus! Alle vorwärts! Achtung! Sie zielen nach dem Striker! Auf Raketenwasser achten! Runter von der Straße! Vorwärts! Alle Hunter-Einheiten, hier Wetter 1! Warte auf die Markierung, denn Spiel ist over! Roger! Ziel das Haus! Greife das Haus an! Durch die Häuser flankieren! Los, Los, Los! Die Mission geht glaube ich auch in den Koop, ne? Die kommt doch überhaupt nicht so bekannt hin! Die Blätter 1 von Erster 2, die in die Flügel! Hoim dem Zoon, los! Feind im Grauen Haus! Aushalten! Trupp, vorwärts verschieße Häuser! Los, Bewegung! Achtung, wir rücken vor! Alles zurück! was macht ihr warum schießen die nicht wir sind zwei links neben mir und die schießen nicht danken für die hilfe unter 2 1 fachowig scheiße roten die rasermarker einsetzen viele für den striker markieren Okay, das war kasselig. Alle vorwärts! Alle vorwärts! Freunde zu Fuß bei den Apartment! Der Leiter hat uns das freies Zielgebiet gesichert. Alle vorwärts! Alle vorwärts! Alle boden einheißig zurück! Wände 1 ist unterwegs! Hä? Wir sind dabei! Wir sind dabei! Sonderraketenabwehrsystem dreht bei so vielen Raketenbewerfern durch! Alle unbedingt ausschalten! Verstanden? Over! Oh shit! Den Lasermarker einsetzen! Ziele für den Stryker markieren! Druck! Die Geschütze ausschalten! Verstanden! Die Geschütze ausschalten! Cover! Oh, sorry! Verde 1 und Hörter 2, Gebiet gesichert! Verde 1 hält Position! Verde 1 hält Position! Verde 1 ist auf! Nur ein hintenwerfer! Verde 1! 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 C 90 H Alter 21, hier Overlord. Da bitte Lage bricht. Wir haben gerade die feindliche Sperre bei Kontrollpunkt Klima passiert. Drücken nach Arcadia vor. Verstanden. Ich habe neue Befehle für Sie. Von ganz oben. Over. Ra alta. Ihr Team wird zur Brookmeer Road 4 6 7 7 umgeleitet. Nachdem Sie die Luftabwehr ausgestaltet haben. Verstanden, Overlord. Zu Brooklyn Road 4677, sobald die Geschütze zerstören sind. Verstanden. Ah, das ist das von dem Hitler, ne? Oder? Ist der Panzer oder nicht? Boah, das war der Gummell. Druck! Lasermarker verwenden! Versieren Sie die Ziele für den Streuker! Alle vorwärts! Verstanden. Ich greife die Infanterie an. Was sagt das denn? Na los, na los! Werder 102, Zielgebiet gesichert. Der Effektor ist aber auch geil, ne? Keine Mission. Okay, wir nehmen die Vektor wieder. Loser. An alle Hunter-Einheiten, je besser ein. Warte auf die Markierung des Ziels. Over. Loser. Wenn wir jetzt maligen, streife die Ani-N pleas hoch mit können. Loser! Ihr数, die Pre du auf die Tasse wohlstest. Warte auf die Grenzen! Read our way to Die sind. WeECIISF hier. Wir müssen die Aus Ruinen geben. Okay, wie kommen wir hier wieder raus? Wo ist denn der? Hier. Bombardierungsbefehle halten, abhehle sie kommen. Sau da. Oh, da sind noch mehr. Koordinaten bestätigt, Feuer. Overlord, Hunter 2-1, Luftabwehr neutralisiert. Wir sind unterwegs zur Brookmeer Road 4677. Eine Frage, wonach suchen wir genau? Sutton Foley, hier ist General Shepard. Ihr Ziel ist es, eine wichtige Person aus einem Panikraum im ersten Stock dieses Hauses zu evakuieren. Ja, Sir. Wer wird Sie erwarten? Der Code ist ICEPIC, die Losung Phoenix. Holen Sie ihn da raus und erstatten Sie Oberlauptbericht. Schön, dass ich das jetzt erst sehe. Irgendwie... Muss man auch Abbenöe wahrscheinlich machen. Die Aufnahme ist nicht so richtig richtig. Ist ein bisschen komisch. So. Dann stehen wir wieder hier. Zack. Bombardierungsbefehle halten. Artillerik kommt. Ja, es sieht doch schon viel besser aus. Irgendwie... Ich weiß nicht, warum es gefehlt hat. So. Eieiei. 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 Das machen wir genau. Sergeant Foley, hier ist General Shepard. Ihr Ziel ist es, eine wichtige Person aus einem Panikraum im ersten Stock dieses Hauses zu evakuieren. Ja, Sir. Wer wird Sie erwarten? Der Code ist Icepick, die Losung Phoenix. Holen Sie ihn da raus und erstatten Sie Oberlochbericht, Shepard Ende. Okay, Sie haben den Mann gehört. Broke Me Road 4677, los. Okay. Kommen wir hier vorne auch raus? Ok Icepick Da stimmt was nicht Panikraum überprüfen Los Wie los? Kein Zeichen eines Einwuchs Ramirez, Aktenkoffer mitnehmen Was davon übrig ist Serge Also das ist nicht Ihr durchschnittlicher Fallschirmjäger Was? Machen Sie ein paar Fotos für G2 Untersuchen Sie die Leichen Das wird Shepard nicht passen Overlord, er ist tot Was? Was?